So, guten Tag, hier ist Stefan Sigmund Schulze und ich mach mal irgendwas mit Matti oder Stefan, ist ganz egal. Wir gehen in Landschaft und hier ist die Landschaft Stefan eingestellt. Das ist jetzt das Besondere. Das ist jetzt das Besondere an Winbrick. Oh, das hab ich jetzt berührt. Na ja, hab ich ein bisschen Pech gehabt. Hab ich ein bisschen Pech gehabt. Bisschen Pech muss der Mensch ja haben, ne? Oh, und den Ball auch noch verloren. So, jetzt ist es richtig langweilig. Jetzt macht es gar keinen Spaß. Ich überspringe jetzt mal was, dann haben sie ein bisschen einfacher zuzuschauen. Also, los geht's. So, jetzt kommt es weiter. so was muss man noch über winbrick erzählen so kann ich meinen namen eingeben oder was immer ist egal und hier kann man auch das datum eingeben wenn man lust hat so dankeschön